ja hallo der sieht mich gleich gleich zu Beginn das ist natürlich kacke ich muss noch mal unseren Typen herzaubern oh Mist dann geht er gleich zurück ist doch scheiße ja Entschuldigung konnte ich jetzt nicht viel reden ich musste mich mit konzentrieren hier mit dem kleinen Typen so wie Spechern einmal weil den weg gemacht haben der war nämlich ziemlich schwer und bevor wir da wieder und wieder und wieder machen wir das einmal so okay da unten geht einer die man auch mal vielleicht gar nicht ne ich das abschneiden hier wieder da war auch wieder neuer Sand habt ihr vielleicht gesehen komm der kommt in die Kiste das kommt da aus das nehmen wir mit den Sand nehmen wir mit das machen wir jetzt schneller als dunkel und dann rum wir uns an den anderen Fritz da hinten noch das machen wir schon abgehangen ne komm wir sind doch wir sind doch kein Feigling ich hab dich gesehen boah sneaky ganz sneaky mach ich dich jetzt nass tschüss tschüss so und weg mit dir da ist keiner mehr oh da ist ne Tür woher bin ich denn da liegt ein Messer auf dem Tisch oh den Schrank haben wir noch nicht gesteckt ne ok da kann man nur so einen Spalt gucken Münze nehmen wir mit oh da kann ich hoch da kann ich auch hoch ich denke wir müssen jetzt aber auch mit Sicherheit hoch wir sollten nochmal speichern zwischendurch so ich hoffe euch stört das nicht wenn ich das mache aber ich fühl mich da doch ein bisschen wohler ich dachte hier wäre vielleicht so ein versteck von dem von dem Typen da von dem Typen da was liegt denn da auf dem Boden das Wasser das soll es ein Lichtschein sein ja das ein Lichtschein ne das soll es ein Lichtschein ne oh wie soll man denn da vorbeikommen jetzt Das erste Mal hole ich mit dem neuen Sand. Das ist die Lachstum von Berlin, die Stütlinge abgeben das, nicht. Das ist das mal. Wir müssen die Stütlinge abwuchen. Aufzählung, die Stütlinge abwuchen. Wo sind sie wieder hinter mir her? Oh, da schießen die Pfeile, das kann doch nicht wahr sein. Oh, wie sie da alle stehen und auf mich warten. Ach, hier hatte ich runtergekommt. Seht doch mal. Oh man, 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 schwierig, schwierig. Ist die Frage, wie wir da jetzt vorbeikommen? Oh, ja, hier, okay. Ist jemand da? Ist aber noch einmal das Dunkel. Oder so weit wie möglich, alles Dunkel würde ich sagen. Geht er denn lang? Geht er da rein? Oh, dann macht er die Fackel wieder an. Geht er. Geht er. Ja, genau. Geht er. Ja. Hmm? Time for a change of gold. Hmm. 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 Ui, ui, ui. Da was Zeichen was versteckt, ne? Aber wo? Uuuu. 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 Uuu. So, komm Da gehen wir einfach weiter, versuchen uns die Brechstange zu erreichen Oh, da steht der Pisser da Oh, da steht der Pisser Oh, da steht der Pisser Oh, scheiße, zwei Typen Oh, Mann Ah! Ein Monster! Let's take a closer look Scheiße, so komm ich da nicht vorbei Ich da drunter? Ne So, hier komm ich runter. Ah, da ist ein Weg. Okay, gucken wir mal da. Scheiße, ich muss sagen, wir runterkommen, ne? Eine Etage tiefer wieder. So, ich würde sagen, wir speichern hier einmal noch. Weil das ist, glaube ich, der Weg. Vielleicht können wir die Putzfrau da platt machen. Guck mal, doch mal. Das sieht gut aus, so. Den machen wir auch raus. Komm, geh weg. Ich glaube, hier einfach unter mir ist die, ne? Die Brechstange. Jahrhundert mit meinen Familie. Sie haben mich vergessen. Ich. Alles wird so schnell hier. Es macht dich fragen, ob es keine Klappe gibt in der Luft. Geräusche. Ah, hier sind wir. Hier sind wir. Die Marken, die mit Ambre bezeichnet. Invisibel für jemanden, der das Ambre bezeichnet hat. Alles, was ich tun muss, ist, den Weg zu folgen. Jahre, ohne meine Familie zu sehen. Ich muss mich vergessen. Das ist ein Versteck auch. Wie komme ich denn da ins Versteck? Wie komme ich da rein? Oh, toll. Hätte ich das mal vorher gewusst. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. Wie kann ich das mal sprechen? Das ist ein Versteck. 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 Das ist ein Versteck mit ihm. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. Das ist ein Versteck. So, wir speichern jetzt hier vorher mal. Und falls das in die Hose geht, dass die uns immer dafür drin finden, können wir von hier aus nochmal neu weitermachen. Was ist das? Was ist das? Hier ist der Prybar. Ein bisschen groß für eine Schlüssel für eine Schraubung. Zum Schluss. Oskan hat mich mit seinem Leben hinter dem Platz gesprochen. Das muss hier irgendwo sein sein. Geht aus hier. Ich habe keine Lust, um sich herumzuhalten. Jetzt habe ich nicht gesehen, was da stand. Oh Mann! Jetzt haben sie mich alle, habe ich doch... Du denkst, dass ich dich nicht gesehen habe? Ich habe ihn! Alert! Heule auf! Och, das gibt es doch gar nicht. Wenn ich da so eine beschissene... ...so einen beschissenen Bot durch umgelaufen bin, ey. Mann, Mann, Mann. Naja. Aber die Zeit ist auch schon wieder rum. Und ich würde sagen, dann probieren wir das. Mit der Brechstange. Einfach in der nächsten Folge nochmal. Gut. Dann bis dahin, Tschüss.